Und es geht weiter mit einer neuen Folge, Brule Etsy Episode 2 und hier sehen wir schon einen Songbird-Prototypen oder vielleicht auch den echten Songbird. Ich weiß es nicht. Es muss ein Prototyp sein oder was. Ist es Mensch? Es ist nicht wichtig. Okay, wir finden schon mal ein zweidimensionales Getriebe. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Okay, hier waren wir bestimmt schon immer. Notiz. Songbird, wie soll das gehen? So, ein anscheinbarer Liffenschacht. Wir steigen wieder ein. Das Abenteuerland. Ein neuer Film oder was? Booker. The little girl in the film. It's me. My God. I remember. He was... He crashed into the tower. I guess he was in some sort of fight. I waited there thinking. Thinking, I don't know, that something would happen, but... But he just lay there. Moaning. I couldn't just... The lion with the thorn in its paw. So much for science. I should have just left him there to die. I should have just... I will never escape it. Exploited. Exploiting. Me. Comstock. You. Sally. It's like a wheel of blood spinning round and round. Mm-hmm. Oh, in the high port. Well, this must be the genetic sample Suchong wanted. He sent you all the way back here for a sample of your own hair? He doesn't know, I was once the child that imprinted on Songbird. But to him... All the answers lie in DNA. Men like Su Chang must take an ounce of empathy. For a pound of science. It's open. See if anything is worth to be appropriating. Check for stragglers. Spread out. Ja. Wie ich gesagt habe, die Mongos sind gerade eben verteidigen. Bin auf jeden Fall leise ausgeschaltet. Ganz leise. Don't think they'll get high. Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Ich habe das gemacht. Mhm. Ja, das hätte mich nicht. Scheiße. hin für jau wahrscheinlich die beiden stehen immer noch da vorne hier kommt gleich jemand und da war jemand ok die beiden mongos gehen jetzt hier lang und so lange loot ich noch hat Da muss ich jetzt auch nicht rein. Kommt er noch? Ich hoffe einmal nicht. Da oben läuft noch einer. Okay, dann wenn die... Wenn die Spackos mich ignorieren... Könnte ich jetzt nicht genau sagen. Ja... Hier ist offen. Ich hoffe mal, dass die auch... Munitionen haben. Und das Moxophonie abspülen. Es hat mir gefordert, dass dieses Verlust mit dem Songbird meine Arrangement mit dem oriental Doktor in einem neuen Licht verbreitet. Was mehr könnte von diesem weiterentwickeln? Welche Geheimnisse, die ich nicht für mich selbst antwortete? Die Schrauben können nur nur von der Schrauben von der Schrauben von der Schrauben von der Schrauben Die Schrauben von der Schrauben von der Schrauben von Er ist schart. Was? 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 Ich kann mich nicht machen. Was? Ich kann mich nicht machen. Du siehst mich nicht. Okay, das ist scheiße. Ah, Mama Mia. Komm schon, bewegt dein Hintern, Alter. Aua. Was sagt die denn? Na, wo seid ihr denn? Ja. Vergast! Ach, vergast. Krachmacher. Ach so, geht das doch schon besser, oder? Okay, dieser Game Center Achievements lag in MRV, Herrde. Und... Hier geht's auch. Oh, eine... Ah, eine neue Fähigkeit. Ja. Cool, ich brauche wieder einen Code dafür. Das ist dann richtig unnötig. Ah, nö. Ich lass die mal in Ruhe hier. Lass die mal in Ruhe. Lass die mal in Ruhe. Ja, cool. Das war ja sehr schlau von mir. Sind hier noch irgendwelche? Oder sind die alle tot? Scheint nicht zu sein. Ja. Ja. Ich kann jetzt mal ein bisschen looten hier. Ah, dankeschön. Danke. Oh, ein Loxophon erstmal anhören. Ja, ich weiß, dass es ein paar Worte gibt, über die Natur der Arbeit, die wir hier in Fink Manufacturing machen machen. Wie, einige sagen, dass sie nicht so gut mit dem verletzten Hörn und Gefahr der unsere Forschung bringen. Aber Freunde, ich frage mich eine einfache Frage. Ist es etwas, was du nicht tun würdest, um die Gesundheit und Sicherheit deines Lieblings zu garantieren? Mein Interesse ist die Zukunft der Gesundheit deines Kindes. Ein Ounz von Prävention ist ein Pfund von Kürze. Sie sehen, dass Daisy wirklich eine Wahl hat. Was meinst du? Jetzt habe ich ein Paar von Kürze in ihrer Brache. Um ein Kind zu schützen, sie niemals zu schützen. Sie hat sich um die Revolution zu sterben. Was für mich? Für alle die Endless Worlds, alle die Infinite Möglichkeiten? Ich habe überhaupt eine Wahl? Und du? Ja. Booker dachte, er hat es gemacht. Schau mal an, wo es uns hat. Das ist das, wo wir angefangen haben. All diese Infinite Universen. Und wir enden einfach nach den gleichen Schritten. Jetzt nehmen wir deine Meinung. Mein Vater hat mich verabschiedet, um ein Marker zu machen. Comstock hat mich in eine Tolle. Und ich verabschiede Sally, für was? 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 receiving Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? War ne rein? War ne wie Blood has. Nein. Du bist doch ein kleiner Hund alter. Hat eine dame Haar? Ich bringe es zu Huchong. Ich bringe es zu Huchong. Pretty lady, put her sample in tube. Then business is finished. What's going on out there? Bloodshed, violence, but not relevant to our arrangement. Suchong! Suchong, we had a deal now, open! Do you know what they call someone who enters man's home? Uninvited. A thief. And I do not remember inviting you into my city. I had a deal with Huchong. Huchong is my employee. It was not a deal he was authorized to make. What do you want? I granted Atlas and his thugs asylum. You serve those same men in a desire to escape from my generosity. If they shall not have asylum, If they shall not have asylum, then they shall have liquidation. If you give a parasite an ounce of charity, they'll demand a pound. I'm just looking for a girl that was taken from me. A little sister. I don't claim to understand what you are. But I know that you are special. There is business we can do together. And so, I give you a choice. Work for me, or die with Atlas. I'm not going anywhere without that girl. If it's a little sister you want, that shouldn't stand in the way of commerce. I've got dozens of them. I won't leave without her. My men stand ready to take down the door. In 60 seconds, they will enter the room. They will either treat you as a valued employee of Ryan Industries, or as a thief in the night. Ja, na klar. What should I do now again? I've got to find somewhere to hide, and surprise them. Take them down one by one. Booker. I'm scared. They'll underestimate you, Elizabeth. People always do. 40 seconds. You know what I see on your face? Uncertainty. Who is this girl, too? 30 seconds. Do you know the value of the shark? Without them, she would be littered with the detritus of the weak. The men who come for you have much in common with those great animals. What sharks do for the ocean, these men do for rapture. 20 seconds. I will tell you something you already sense. Atlas does not honor agreements. Andrew Ryan does. I cannot save your Sally, but I can save you. Yeah. Time. You're not a hero. You're not even a parasite. You're just a wolf. And Andrew Ryan has no time for wolves. That was loud. Where are you now? Where are they now? Why... Why? Isklar... ...wahrscheinlich. What do you do? denn ja da siehst du mal das ist jetzt verpistet ich glaub es ist aber nett den feinde ich mir mal ja ok da sind zwei hallo ich dachte jetzt kommen so hammer viele schergen auch genannte Gegner woher ist sie? Frau, du machst meine letzte Nerven ich sehe sie komm raus, du hast meine volle was ist? du bist noch hier, oder? da da oh was ist denn los? oh du salg her du salg du salg